Willkommen zu einem neuen Video. Bildblock 2. Der Drop ist fertig und wir wollen heute auch springen. So sieht es jetzt aus. Da ist die Landung. Die Jungs fahren sich da vorne ein. Ich mache da unten jetzt noch die Steilkurve und der Sprung ist schon so gut wie fertig. Wir sind jetzt eingefahren. Der liegt sich bestimmt. So wir sind jetzt eingefahren und jetzt warten wir mal drauf, ob den einer macht. Steilkurve ist mehr oder weniger angefangen. Sitzt der Helm? Ich halte doch ordentlich drauf. Der will jetzt probieren hier schön zu senden. Der gute Bellhelm. Er ist jetzt ein bisschen eingefahren und er ist der Erste der hier den 1m auf 1,20m springt. Ich halte jetzt mal ein bisschen drauf. Mach hinne! Ich filme schon! Hast du einen Schuss? Dann wird die jetzt hier gar nicht drunter gelegt. So und dann der Typ, Pablo geht jetzt runter und Leonor, der bringt gleich. Ja gut, ich filme. Der war so ein Nose-Tap. Alter, war der geil! So, ich habe jetzt noch mal ganz kurz die Landung umgesetzt. Von dem Drop hier ein bisschen Stück nach hinten. Die Steilkurve nimmt schon mal Form an. Der Sprung ist auch fertig. Hier ist jetzt ziemlich alles aufgeräumt. Die Jungs fahren jetzt. Wir werden jetzt noch unseren neißen Abend machen, ein bisschen fahren. Und ich mache jetzt einfach aus den ganzen Clips, die ich aufnehme, ein neißes Edit und viel Spaß mit dem Video. Liken und Abo nicht vergessen. Tschau! Das war's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020